Und wir spielen das Spiel Kanyone! Was ist das? Ich bin, ähm, ich bin aus der Map geflogen. Warte, eh, für den Spawn. Nein, ähm, Rücken. Rück. Wie geht das Rück? Entfernen, Junge. Rück, aber wo ist Rück? Achso. Ja, ich bin wieder respawned worden. Ich bin aus der Map geflogen. Weil er schlecht ist. Und ja. Ich bin der Kleine vorne. Ich habe Haki an Rüstungshaki. Es macht Spaß, machen das Spiel zu zweit spielen. So, witzig, weil man sabotieren kann. Nein. Ähm, was noch? Ich bin Ronald und er hat mich gerade überholt. Ich habe ihn gerade überholt. Ich habe auch gewonnen. Neuer Spielrekord. Es hat den Rekord geknackt. Persönlicher Spielrekord. Eine Minute. Ich bin besser als nun. Ja, wir werfen mir Cash raus, Digga. Warte. Ich heiße Cash für mich. Ich bin besser für mich. Ich weiß, Spieltabok.de und du heißt... Ey, Junge. Das Vollumfährt hat aus früh angefangen. Egal, Bruder. Wenn du dich aufbauen kannst, kann ich nichts dafür. Ja, okay. Ey, dein Wagen ist viel schneller, das umfährt. Nein, nein, nein. Die Bewagen sind begleicht, allerdings gut. Nur andere Farbe. 24 Sekunden bin ich vor... Oh, Zafer! Wieso mogelst du? Oh, Zafer, Mann! Oh, danke, Zafer, die ist von vorne. Dankeschön. Ey, Zafer, Mann. Ich will doch fair. Ich spiel doch fair. Zafer, Mann! Ey, Bruder, hör auf damit. Warum kneifst du mich? Kneifst du mich? Oh! Ey, ich kann mich nicht bewegen. Zafer, Mann! Junge, hör auf, Bruder. Ey, du hast was? Du hast eh die Perspektive gemacht, sag scheiße. Wie geht das? Keine Ahnung. Drück mal die 1, 2, 3... Nein, nein, hör auf! Das ist geil. Das ist geil. Also, wir sind jetzt mit der Zeit ganz weg. Oh, hör auf, Zafer, Mann! Wie schummelst du? Ohne sowas, Zafer, Mann! Warte, 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 warte. Nichts drücken. Warte, noch nicht, noch nicht. Ich komme hier schon wieder mit. Oh, ne, ich. Hör auf, ne, hör auf. Okay, okay, jetzt ohne das. Zafer, hör auf. Mit der Zeit sind wir ganz weg. Dankeschön, Zafer. Ich hab grad... Ich wollte grad den Rekord brechen. Dank Zafer. Ey. 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 Was ist das? Wie mach mein Ego-Perspektive weg? Wie hast du Ego-Perspektive gemacht? Wasser, lass mal los. Ah, mit der. Da. Guck mal, nie beendet. Dankeschön, wegen dir. Weil du Ego-Perspektive gemacht hast. Ich flieg wie mich. Und das Spiel wird jetzt wieder ein Neustart. Es gibt's vier, fünf Spiele. Und ja. Mal auf Zafer! Spiel doch wie ein Mensch! Er macht Spaß, mit mal Freunden zu spielen. Ich bin nicht braun, bitte. Ich bin nicht braun, bitte. Ich bin nicht mehr zu spielen. Guck mal, deine Aufrufe ist viel schneller. Guck mal, was für eine perfekte Kurve. So eine Kurve hast du noch nie gesehen, ne? Hier kommt noch ein bisschen Nitro. Oh, Zafer! Hör, mach mal Spaß, mit dir, ja. Ey, schon wieder hast du das gemacht. Bitte, bitte. Das reicht jetzt, Junge. Nein, du musst noch mal. Komm, wir beide machen. Drück nicht. Warte! 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 Warte, hör doch aufzudrücken. Nein. Weiß, ohne sowas. Das war... Mach an. Wie ein Mensch, Digga. Guck mal, du bist schneller. Viel schneller. Keine Ahnung, Bro. Wir spielen noch ein Spiel, glaube ich. Und dann wird's auch beendet. Spielbar.de gegen... Wer ist das Andere? Ja, mach Schibert Punkt. Hör, ich hab das gewonnen. Schöne Spiel! GG! Das war mit dem Let's Play. Das war's mit dem Let's Play. Warte, jetzt geht noch weiter. Das war's mit dem Let's Play. Komm, ich schlafe mir vielleicht, wenn Sie Dich, die Zuschauer... Oh, jetzt hab ich die Koch, wir haben die gleiche Autor halt zu heulen,adi. richtig gewinnt rief hast du schnelleren und ich sag nix bis zumal das spiel beendet spiel wurde beendet weil wir weg geflogen sind aus der menschen